Ich kann sein Gesicht nicht sehen und ich höre, wie er zu mir sagt, halt still. Sprechen wir von einer Leiche oder zwei? 15 oder 16? Ich fürchte, ich erinnere mich nicht an ihre Namen. Dieser Mann hat vier Jahre in unserem Revier gemordet. Er wird mit keinem davon kommen. Ich hoffe, du kommst nie wieder. Schön, wenn einem zugehört wird. Dann fühle ich mich wieder wie ein Mensch.